Ja, da wissen wir doch gleich, was mit dem Typen los ist. Alles klar, der bänkt das Atom. Nee, er rangelt das Atom. Genau. Oh Mann. Das tut er, der Gute. Ja, das tut er. Hier benutze ich sogar ne Shotgun, ne Shotgun. Shotgun? Ja, der Shotgun, das glaube ich hier ganz geil. Der Map. Was? Das ist Geisel. Hm. Noll. Alles klar. Das habe ich auf der noch nie gespielt. Das ist ein Dinger. Das ist ein Dinger. Oh, das ist ein Dinger. Das ist ein Dinger. BAM. Zau, ich weiß, die Dinger hier aufstehen. Schön. Was hat der gesagt? Das Mädchen kann jederzeit aufwachen. Was? 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 Was ist das denn geworden? Das ist ja gerade der Atombänger gesagt. Das erklärt so einiges, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war jetzt richtig gut. Oh mein Gott. Der passt doch voll gut. Das stimmt. Oh. 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 Ich bin weg. Soll ich deine rüber reichen? Ja bitte. Werfen rüber. Hier. Hast du die gefangen? Oh ja. Geil. Danke. 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 Oh. 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 Ich hab voll die eklig schwitzigen Hände ey. Oh. Ich noch nichts. Oh. Sei froh. Das wünsch ich keinem. Aber ich kenn's. Mein, mein Arm ist gerade irgendwie schwitzig. Was? Wo hast du deinen Arm? Weiß nicht. Der liegt auf so ner, auf so ner weichen Ablage. hinter der Maus. Da ist er ein bisschen schwitzig geworden. Was war? Oh, die kommen bei uns. Die kommen bei uns alle durch. Ey, ich schieße auf seine Füße. Nein. Hat nicht gereicht. Scheiße. Die kommen jetzt zu. Oh man. Da kommt einer mit nem Schild. Der hat halbes Leben. Was? Scheiße. Okay. Oh, der hat dich gesehen. Ja. Ja. Ich wollte gerade rauchfeuern. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Ich weiß nicht. Ich gucke da hinten auf einmal husch oder so vor. Hallo. Ja, echt mal. Aber so geil. Ich bin nur so. Oh, der ist halt. Dün, 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 dün. Hm. Smoke? Why you panic? Ich war nicht sch... Okay. Okay. Wusste ich's doch. Ich war nicht sch... äh... Smoke. Wer war denn Smoke? Weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob's einen Smoke gab. Ich hatte nämlich diesen Mute-Typi. Ich glaub, der meint mich. Nee. Nee. Nee, es gab einen Smoke. Echt? Der Atombanger. So. Ach, stimmt. Ja, klar. Der hat vorhin irgendwie reingeschrien. Irgendwas, glaub ich. So. Ne, krut, ey. Der Anfänger. Nee. Dieser Afghani. So, ah, guck mal. Hier, mittlere Etage. Hab ich schon was gesehen. Ah, fuck. Ich bin falsch gerutscht. Okay, du bist aber schon am spotten, ey. Mhm. Sehr gut. Also mittlere Etage hast du gesagt? Ja. Geht gleich links hoch. Wo genau? Und dann... Ich glaub in die Richtung, ja. Ha! Als wüsste der das, dass du kommst. So hat der da hingeguckt. Apka. Oh, guck mal. Der ist Apka. GG. Okay, der war eher weiter hinten, oder? Ja. Already active. Ich beträumse an Batteries. I see it. Ich komm von hinten. Echt? Ja. Oh, da ist einer schon. Meine Hand ist eklig schwitzig, ey. Gut, durch die Scheiben kann man nicht durchschießen. Wodurch? Durch die Scheiben. Ne, das geht nicht. Manchmal glaub ich klappt das irgendwie, aber ich weiß nicht wie die das denn hängen können. Klar. Stirb doch, du kack Miststück. Pssst. Komm ruhig. Schieß auf mich wie sonst was, ja? Und denk dann auch, ja, komm, fick ich. Ja. Oh, jetzt geht's auf euch alle weg. Haha. Oh, guck mal, wie eklig dreckig die... Tratze ist, ey. Boah. Das sieht halt echt unnormal aus, so wie der Typ da hinten liegt. Ja. Ist der tot? Und ich denk mir nur so, wie ist er gestorben? Vielleicht lebt er ja noch. Also auf der unten ist ne Matte. Wo ist ne Matte? Hinter dir ist so ein Elektro-Ding. Achso. Ja, das hab ich gesehen. Ne, ich glaub der ist down. Haha. Du leust in dem Ding. Ich glaub der ist down. Was bringen eigentlich diese Dinger? Äh, die halten die Drohnen auf. Ah, ok. Und die ist auch ein Weich. Und die ist auch ein Weich. Und die ist auch ein Weich. kommt er da angerannt ja der wusste dass das necker safe ultimate call dann turmbänger ist wieder am speeden come on lebra ist das ein lebra-gamer bestimmt das ist sein name sagt mir das definitiv aus lebra lebra-gamer der hat auch zu viel lebra gefordert heute morgen das kommt nicht schlecht mit so langsam das ist aber auch ein scheißraum zur sicherung das stimmt er ist voll eng m let them come Sieht jemanden aus? Ich habe den Weg geblieben. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Läuft von hinten? Wie bist du da reingekommen? Man kann von oben da kommen, das wusste ich überhaupt nicht. Hast du vorhin gesehen, wo eine Leiter ist? Ja, hier nur. Ja, da ist einer oben. Geht's ehrlich? Ja. Aber da ist safe, da ist safe, da ist einer von meinen Mauern dran. Das gehört, dass sie hier rumraschen. Ja, vielleicht guckst du da jetzt letztlich mal drauf, sondern... Oh, guck mal. Oh, oh. Schön, wo sind wir denn überhaupt? Herzlich willkommen am Flughafen. Ja. Darmstadt. Loll. Ih. Klingt irgendwie nicht gut. Nee. Aber guck mal, hier darf man gar nicht schießen. Scheiße. Hier darf man gar nicht schießen. Hm. Vielleicht auch keine Waffen mitbringen. Nee. Wir haben nur nicht schießen. Ah, okay. Ich glaub, so schnell kommen die da nicht durch. Ah, ich hab gedacht, da muss es einer, aber ich lauf hier rum. Ich kann ja nie wissen. Obst du da ist einer oben? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die Leiter oder die andere war. Aber, nee, der, der da oben war, ist schon down. Okay. Drüben. Auf der anderen Seite. Ich kann mir nix mehr hinbauen, schade. Er ist auf der rechten Seite. Ja. Der baut da jetzt was dranbleiben. Nee, doch nicht. Der macht nur was kaputt. Ja. Hat sich grad so angehört, als würde er was dranbleiben. Und gleich, ups! Die Hostage. Nee, nee, ich darf nicht. Wie der da auch durchbrettert, ne? Ich hätte einfach reingehen sollen. Ich hätte einfach reingehen sollen. Ich hätte einfach alles zerstört. Aber nein, ich hab's nicht gehört. Ich bin ein Gentleman. Ich bin ein Gentleman. Ich bin ein Gentleman. Ich mach sowas. Ein Gentleman? Ja. Ja. Ja, gut. Let's go. I'm ready. Infuse. Selbst ich weiß, das ist doof. Bei einer Geiselbefreiung. Ja. Hab's auch gelernt. Und auch wenn niemand getroffen hat, ich glaub... Hab ich sie überhaupt eingesetzt? Ich weiß es gar nicht. Glaub nicht. Ich hatte auch schon mal einen. Der hat das gar nicht eingesetzt. Er wollte mit der Waffe spielen. Wer? Wo bin ich denn? Ich hab was gefunden. Mit der Etage. Mittlerer? Mhm. Okay. Ah, ich war beim Piloten. Ja, hier, ich hab's auch gesehen. Nein. Wir sind direkt bei diesem... Beim... Beim... Ähm... Waren wir da eben nicht eben auf? Nee. Achso. Wir sind beim... Beim Piloten da. Bei dem Ding. Achso. Okay. Ich geh vom Piloten aus. Vom Piloten-Ding da aus. Von hier oben. Ich geh hier lang. Loin. Hier stand einfach einer. BTF noch 10 Leben hab ich. Ey, ich dachte sie auch so, what the fuck, what the fuck. Willkommens, das Ding heißt einmal echt Willkommens, Matt. Ich komm einfach auf diesen Namen nicht klar. Ich auch nicht. Hallo. Oh, hast du mich erschrocken, ey. Ich mach jetzt hier auf, ja? Okay. Ach, unzerstörbare Oberfläche. Das ist jetzt natürlich blöd. R.I.D. aktiv. Sweeping perimeter. Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Hey, die waren aber hier. Vielleicht waren sie hier. Ich hab ihn vorhin gesehen, wie er das alles zugemacht hat. War nur Tarnung, sag ich dir. Wäre doch klar, habe ich noch Munition. Was laberst du? Ich glaub, der redet mit dir. Das ist ein Move, meint er. Ja, warum? Ja, weil er nicht verstanden hat, wie du ihn gekillt hast. Ja, weil er nicht verstanden hat, wie du ihn gekillt hast. Ich habe den doch gehört, ey. Ich schieße einfach so durch die Wand, wo ich mir dann dachte. Ja. Da ist bestimmt einer. Oh, der hat ihn sofort umgebratzelt. Oh, der hat ihn sofort umgebratelt. Hilfe! Komm da weg, komm da weg, komm da weg! Kacke, jetzt hat die mich erschossen. Was für eine blöde Kuh. Hat die dich auch noch getötet? Ne, ich lebe noch. Gut, ich blute. Oh, sie ist auch angeschossen worden. So eine blöde Kuh geht dir auf die andere Seite, Mann. Aha. Vielleicht hätte ich auch einfach auf deine Seite rennen sollen. Ah, naja. Oder wir wissen, woher kommst. Was? Kann ich ihm sagen. Darmstadt. 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 Darmstadt.